Herzlich willkommen bei Runners Point. Hier präsentiere ich euch aus der Nike Free Serie ein neues Mitglied, den 3.0 V4. Das erfolgreiche Barfußkonzept begeistert bereits seit vielen Jahren Läufer und auch Nichtläufer. Im Free 3.0 läuft es sich so natürlich wie sonst nur beim Barfußlaufen. Einfach ein tolles Laufgefühl. Die tiefen Flexkerben schränken das Abrollverhalten überhaupt nicht ein und erlauben dir Bewegungen in jede Richtung. Das überarbeitete Obermaterial liegt durch die unterschiedlich großen Perforierungen passgenau am Fuß. Darunter wird der Fuß von einem leichten Innenschuh umschlossen, welcher trotz aller Freiheiten einen sicheren Halt verleiht. Die spezielle Schnürung ist direkt in der Mittelsohle verankert. Zusammen mit der Dynamic Fit Konstruktion erhält der Läufer eine rutschfeste Passform mit optimalem Halt. Das spezielle Sohlendesign gibt dir auf den verschiedensten Untergründen wie Rasen, Aschebahn oder Asphalt den nötigen Grip. Und genau das macht den Free 3.0 nicht nur zu einem tollen Trainingsgerät für die Fußmuskulatur im Alltag. Er begeistert dich auch bei deinem täglichen Lauftraining oder bei deinen Workouts. Allerdings solltest du zunächst etwas behutsam mit deinen Einheiten beginnen, damit sich dein Körper an den Fußtrainer gewöhnen kann. Denn Vorsicht, Laufen im Free macht extrem süchtig. Der Nike Free 3.0 V4 begeistert alle Läufer und Nichtläufer, egal ob im Training oder als Alltagsshow. Du bekommst ihn in allen Runners Point Filialen oder direkt hier bei uns im Online-Shop unter www.runnerspoint.com. Das war's für heute. Musik Vielen Dank.